Hallo, liebe Grüße, herzlich willkommen bei Cinema Civilization 6 beim 2. Night On, Gathering Storm und bei Writing Bull. Hallihallo. Ich bin spezialisiert auf Strategiespiele, auf Aufbau und Strategiespiele und ein riesiger Civilization Liebhaber. Ich habe nicht alle, aber fast alle Civilization Teile gespielt und bin einfach total vernachtender Spiel. Das möchte ich mal vorausschicken. Ihr findet bei mir auf dem Kanal hunderte von Videos, auch hier zu Civilization 6, unter anderem zu Gathering Storm bereits zwei andere Let's Play-Reihen, zwei Preview-Let's Play-Reihen zu den Inka und zu den Phöniziern. Was ich mir hier als Aufgabe gestellt habe, das hat mir eigentlich meine Community als Aufgabe gestellt. Also ihr, zumindest ein Teil von euch, diejenigen, die zuletzt mal, das liegt mittlerweile schon einen Monat her, die Videoreihe hier beginnt, startet Anfang Mai, die ja dabei wart bei einem Livestream mit Civilization 6, Geising Storm und mit den Phöniziern und am Schluss weit nach Mitternacht, haben wir noch ein bisschen zusammengehockt und ich habe euch gesagt, Mensch, wenn ich das Let's Play mit den Inka fertig habe, ich würde ja dann gerne eins mit den Mali machen und mit Mansa Musa, weil der mich immer so verspottet hat, wenn ich dem im Diplomatie-Menü begegnet habe. Der hat immer so fröhlich-juvial vor sich hingelacht, hat aber heimlich diplomatisch gegen mich intrigiert und ich will auf gar keinen Fall nochmal auf den Typen stoßen und deshalb will ich ihn lieber selbst verkörpern. Habe ich gesagt, hat aber noch einen anderen Hintergrund, weil er sich so unfassbar speziell spielt. Ich weiß, dass viele von euch sich an dem die Zähne ausgebissen haben, der ist echt, da muss man echt komplett umdenken in vielerlei Hinsicht. Das ist eine hochspezialisierte Zivilisation, die ihre ganz eigenen Strategien und Taktiken braucht. Dann habe ich euch gefragt beim Livestream, wie soll ich den zocken und haben wir lange diskutiert, etwa eine halbe Stunde, ich habe mir vieles notiert und das ist ja das Ergebnis davon. Und das ist, dass dieses Ergebnis für mich persönlich auch eine riesen Herausforderung aus drei Gründen. Nummer eins. Ich liebe es, also für den sechten Spieler, zu setzen massiv auf Produktion, also darauf wirklich produktionsstarke Städte zu haben und Inlandshandelsrouten. Diese Kombination, da stehe ich total drauf. Bei jedem einzelnen Ziv-Teil, das war immer meine bevorzugte Spielweise, wenn es die Zivilisation irgendwie zuließ und hier lässt es diese Zivilisation nicht zu. Könnt ihr knicken? Vollkommener Unfug, denn es gibt kaum ein anderes Reich, das so zivilisationsschwach ist, wie das Mali-Reich und ihre Stärken liegen in internationalen Handelsrouten, in Auslands- und nicht in Inlandshandelsrouten. Herausforderung Nummer zwei für mich, nachdem ich da schon mal meine Spielweise, meine gewohnte Spielweise knicken muss. Wir wollen auf Gottheit spielen, auf der allerhöchsten Schwierigkeitsstufe. Und das bedeutet nicht nur, das wisst ihr ja, dass die KI massive Boni hat, bei allem, bei allem, was sie produziert, bekommt sie dicke prozentuale Boni. Obendrauf, übrigens auch beim Kampf hat sie Boni und bei vielen anderen Dingen, sondern es bedeutet vor allem, dass beim Start der Partie jede Menge Barbaren auf der Karte herumlungern. Und das ist für unsere Mali tödlich. Es gibt kaum eine andere Zivilisation, die so schwierig auf Gottheit zu spielen ist, weil sie zu Beginn massive Probleme hat mit der Produktion und damit Probleme hat. Also später kauft man halt Einheiten mit Gold, aber am Anfang steht einem das noch nicht zur Verfügung. Man kann seine Stärken erst dann ausspielen, wenn man sein Handelsdistrikt baut. Der heißt bei den Mali ein bisschen anders, der heißt Suguba. Und wenn man die Suguba gebaut hat, dann kann man seine Stärken ausspielen. Dann kann man viel Gold generieren und Einheiten sich einfach kaufen. Später kann man auch mit Glauben Militäreinheiten kaufen, wenn man sich ein halbwegs Geschickte anstellt. Aber zu Beginn, da steht man blank und bloß und schwach da, weil man massive Produktionsnachteile hat. Wie will man sich gegen diese riesigen KI-Barbarenhorden zu Beginn zur Wehr setzen? Das werden wir gleich erleben, ob das klappt. Und der dritte, die dritte Herausforderung für mich, warum das hier so unfassbar schwierig ist, weil die Mali einen bevorzugten Siegtyp haben. Eine Siegvariante, mit der sie am besten klarkommen, das ist der Religionssieg. Und das ist genau der, der auf Gottheit unfassbar schwer zu bekommen ist, generell. Denn ihr wisst ja, man muss, damit man einen Religionssieg sich holen kann, selber eine Religion gründen. Und man gründet eine mit einem großen Propheten. Und es gibt weniger große Propheten im Spiel, als insgesamt an Zivilisationen im Spiel ist. Das wiederum heißt, die KI, die auf Gottheit so starke Produktionsbohnen hat, schnappt einem in der Regel einen großen Propheten nach dem anderen ratzfatz weg, bis keiner mehr übrig ist. Und das ist nochmal die dritte, ganz, ganz dicke Herausforderung hier für uns. Wir starten ganz normal, aber ansonsten in der Antike. Spieltempo Standard Katastrophenintensität auf euren Wünschen im Stream. Gehen wir eins hoch, das heißt, es treten öfter Katastrophen auf. Das ist jetzt nicht nur für uns ein Nachteil, das ist auch ein Nachteil für unsere KI-Gegner, für unsere Herausforderer, mit denen wir um den Weltsieg wetteifern. Die sind davon genauso betroffen wie wir. Das macht das Spiel also nicht zwangsläufig schwieriger, sondern nur anders, abwechslungsreicher und turbulenter. Dann starten wir auch euer Wunsch mit dem Zufallskartenskript Pangea. Das heißt, wir haben einen einzelnen riesigen Kontinent. Flotten spielen ja keine so große Rolle. Wir spielen auf Standard. Dadurch haben wir zwölf Stadtstaaten im Spiel und eine gewisse Anzahl von zufälligen Herausforderern. Das wollen wir vorab uns nicht einteilen. Alles andere lassen wir beinahe wie es ist. Eine Sache hattet ihr euch noch gewünscht bei der Temperatur. Gehen wir hoch auf heiß. Das ist potenziell ein Vorteil für unsere Mali, denn die starten in der Wüste und haben auch für die Wüste angepasst. Große Vorteile. Und wenn die Welt heiß ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es viele Wüstenfelder gibt, ein bisschen besser. Andererseits ist das auch nicht unbedingt zwangsläufig, zumindest nicht da, wo wir starten, weil es kann auch einfach dazu führen, dass es viele Ebenen gibt im Spiel. Von denen haben wir gar nichts. Und es kann auch dazu führen, dass es zwar weiterhin viele Flüsse gibt, denn das ist der Regler hier, Niederschlag. Da kann man einstellen, ob viele Flüsse oder wenige da sind. Und wenn man Pech hat und mit seinen in einer Wüstengegend zwar startet, aber mit vielen Flüssen, dann kann man das gar nicht so richtig nutzen als Mali, weil Schwemmland, Wüsten, Schwemmland, das ist etwas, wo wir nicht so richtig von profitieren können. Also ein kleiner Vorteil für uns, aber keiner, der unbedingt entscheidend ist, alle Siegvarianten lassen wir an. Und dann wünsche ich uns, ihr, wünsche ich euch und mir viel Vergnügen. Die speziellen Vor- und Nachteile unserer Mali, was sie so alles haben, blende ich euch mal ganz kurz im Tooltip ein. Das gehe ich jetzt aber nicht im Detail vor, nach dieser längeren Vorrede. Das gucken wir uns immer dann an, wenn es so allmählich reinkommt. Nur das Aller, Aller, Allerwichtigste zum Start. Schaut mal bitte beim zweiten Eintrag LIDA, der YELI. Und der hat den untersten Eintrag. Mindestens, äh, pardon, minus 30 Prozent Produktion beim Bau von Gebäuden oder beim Ausbilden von Einheiten. Produktionsschwäche, habe ich gesagt. Zwei Zahlen drüber. Minen erhalten minus eins Produktion. Heftig. Andererseits haben wir Gold-Vorteile. Minen erhalten plus vier Gold. Und wenn wir halt, ähm, das ist der Eintrag ganz oben, einen internationalen Handelsweg haben, bekommen wir für jedes Wüstengeländefeld in der Stadt, an der der Handelsweg beginnt, plus eins Gold. Das ist so nicht, das ist nicht alles, aber das Wichtigste, was man zu den Mali wissen muss. Und jetzt starten wir tatsächlich. Ich bin mal sehr gespannt, ob das klappt. Ich bin vor allem sehr gespannt, wie das mit dem Gottheit-Schwierigkeitsgrad klappt. Kann sein, das ist ein ganz, ganz kurzes Let's Play. Der erste Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Mansa Musa, großer König von Mali, ihr seid mit unermesslichem Reichtum gesegnet und bleibt doch unverdorben. Wendet euren Blick vom Markt ab und hebt ihn zum Himmel. Erfüllt euch euren sehnlichen Wunsch nach Frieden. Schützt den Wohlstand eures Volkes, dann wird euer Name in goldenen Lettern in die Geschichte eingehen. Heute in der Gegenwart und im Real Life ist der Staat Mali gelegen im zentralen Westafrika, eines der ärmsten Länder der Welt, von innenpolitischer Gewalt, von instabilen Verhältnissen erschüttert und die Menschen sind wirklich bitterarm. Es gab mal eine Zeit, da war das ganz, ganz anders. Die Mali hatten mal das größte Reich, was historisch jemals in Westafrika existiert hat. Der großer Höhepunkt war das frühe oder war das Hochmittelalter oder späte Mittelalter. Mansa Musa war ein Herrscher, ein König im 14. Jahrhundert nach Christi und galt als damals reichster Mann der Welt. Wird damals so im Rückblick gemunkelt, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man muss dann immer die damaligen Reichtümer umrechnen auf das, was das heute wohl wert wäre. In dem Fall geht es um seine Goldschätze, die haben immense Mengen an Gold produzieren können. Aber es kann gut sein, dass er diesen Ehrentitel zurecht trägt, der reichste Mensch gewesen zu sein, den es jemals in der Geschichte gab. Seine Mali waren entsprechend wohlhabend, das Reich war zeitweilig recht groß. Mal schauen, wie es uns hier gelingt, die Mali-Geschichte neu zu gestalten. Das ist unser Startpunkt und der ist, wie drücke ich es aus, suboptimal. Falls ihr übrigens euch mit mir in Echtzeit hier rüber unterhalten könnt, es ist möglich, falls ihr bei der Erstaufführung, Erstveröffentlichung des Videos auf YouTube mit dabei seid. Das habe ich nämlich mit der Premiere-Funktion auf YouTube gekoppelt. Am 5. Mai, abends um 20 Uhr, wird dieses Video freigeschaltet. Teil 2 gibt es um 20.45 Uhr, Teil 3 um 21.30 Uhr. Also Videopremiere programmiert, das heißt mit einem Countdown vorab. Man kann im Chat in Echtzeit mitkommentieren und ihr könnt darauf reagieren, ihr könnt miteinander kommentieren. Vielleicht gucke ich auch selber mal zwischendurch rein und quatsch mit euch darüber. Den Chat kann man sich auch im Nachhinein anzeigen lassen, wenn man diese Premiere verpasst hat. Rechts oberhalb des Videos ist ein Knopf, da kann man sich den Chat einblenden lassen. Da gibt es auch einen Filter. Mein Tipp wäre bei dem Filter, sich alles anzeigen zu lassen und nicht nur den Top-Chat. Und nach diesem Civilization 6 Mali-Videopremieren-Kinofeierabend am 5. Mai gibt es zum Abschluss nach um 22 Uhr die übliche tägliche Folge meiner Premiere, meiner Premieren-Reihe mit Anno 1800, dem Format Gute Nacht mit WB und Anno 1800. Vier Videos in Folge, alle mit Premiere an dem Tag. Das ist unser Siedler. Das ist der Krieger, mit dem wir starten. Ja, also wir müssen unbedingt in Wüste starten. Wir müssen gegen alle unsere Spielerreflexe arbeiten. Spielerreflexe hießen, das ist ja schön, da gibt es Wald, da kann man was machen. Waldanschlüssen, Sägewerke, alles toll. Wir laufen mal runter, weg von der Wüste. Hier unten gibt es Diamanten, da wollen wir unbedingt hin. Da oben gibt es Wein, auch klasse. Luxusgüter haben, haben, haben. Toller Startstandort am Wasser gelegen. Gibt Wasser und damit Wohnraum. Man braucht später kein Akküdukt. Man hat Steinbrüche direkt um die Ecke. Top-Lage direkt dann auf eine Stelle. Eine Stadt gründen machen wir jetzt auch sofort mal nicht. Denn wir wollen in die Wüste. Denn unsere Mali haben die Spezialeigenschaft, wenn wir eine Stadt irgendwo hinsetzen, dann wird danach, nach der Gründung gezählt, wie viele Wüstenfelder es um die Stadt herum gibt. Also auf den Nachbarfeldern. Und für jedes dieser Wüstenfelder, Wüste und Wüstenhügel, Achtung nicht Wüstenschwemmland, wird gezählt und wir bekommen jeweils einen Bonus von plus 1 Nahrung und plus 1 Glaube. Für jedes Wüstenfeld. Also wenn wir hier zum Beispiel die Stadt gründen würden, hätten wir ein, zwei, drei Wüstenfelder daneben und hätten plus 3 Nahrung und plus 3 Glauben, ohne dass unsere Bürger irgendwas arbeiten müssten. Deshalb können wir zum Start sehr schnell sehr nahrungsreiche und sehr schnell wachsende Städte haben. Und wir können auch ganz früh, wir werden garantiert die erste Zivilisation sein, Gottheit hin oder her, die das erste Pantheon angeboten bekommen, den ersten primitiven Glaubenssatz. Und ihr ahnt ja vielleicht schon, was wir uns da holen werden. Wir laufen mal mit dem Krieger Richtung Westen und hoffen, 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 dass die Wüste schön groß ist. Hier hört sie schon wieder auf. Ah, das wäre hinwinzig. Hier geht es ein bisschen weiter. Es könnte übel sein. Sieht im Augenblick nicht so super spannend aus. Wir orientieren uns mal Richtung Westen, weil es ist, die starten zwar auf Wüste, die Mali, die sind so programmiert in der Regel, aber naja, wie groß die Wüste ist, das ist eine andere Frage. Gehen wir unten oder oben gucken. Hier können wir auch schneller auf den Hügel und gucken, gucken gehen, ne? Das ist echt, ähm, ich gehe mal hier hin, weil das könnte ein guter Startort sein, da haben wir wenigstens fünf Wüstenfelder drumherum, da könnten wir unsere Stadt gründen. Ich gehe mit dem Krieger nochmal eins nach links. Vielleicht entdecken wir noch irgendwas Spektakuläres, das ist aber nicht der Fall. Hier scheint die Wüste weiterzugehen. Das ist schon mal eine gute Sache, aber ich will jetzt auch nicht ewig rumlaufen und wer weiß, wie groß die Wüste tatsächlich ist. Wir bleiben hier an Ortenstelle. Wir haben fünf Wüstenfelder drumherum. Das hier sollte eigentlich Süßwasser sein. Wir gehen mal ganz auf Nummer sicher und lassen unsere Siedler anzeigen. Ja, es ist Süßwasser hier. Wir können die Fischbonusressource erstmal nicht nutzen. Dafür bräuchten wir daher Tierzucht, dafür Tierzucht. Wir machen es mal. Wir bleiben mal hier an Ortenstelle. Ich hoffe, dass es eine weise Entscheidung ist. Njani heißt unsere Startstadt. Und, ähm, wollen wir die wirklich so nennen? Mal gucken, ob es nicht irgendein viel hübscherer Name noch einfällt. Das ist die, die Wiege von allem. Die Wiege unserer Zivilisation. Ach, ich weiß. Eigentlich wollte ich Wüstenwiege sagen, aber wir sagen mal was ganz feierliches. Wir sagen, das ist die große Wiege hier. So, und jetzt ist die Frage, was bauen wir? Und jetzt müssen wir auch komplett umdenken, weil wir werden später die meisten Sachen mit Gold kaufen und später vielleicht, wenn möglich, auch Sachen mit Glauben kaufen. Mal gucken. Aber zuerst müssen wir irgendwas produzieren. Im Monument sind wir auf der sicheren Seite. Kann man zwar auch kaufen. Tipp, wenn man die Mali spielt. Wenn man was baut, dann sollte man die Dinge bauen, die man nicht kaufen kann. Und das sind Bezirke, das sind Stadtprojekte und das sind Wunder. Die kann man alle nicht kaufen. Sollten wir nachher als Gouverneurin und Spezialisieren auf Rainer, und das ist bei den Mali naheliegend, und sollten wir sie entschlossen runterskillen mit ihren Beförderungen bis zu diesem Punkt hier, Auftragnehmer, dann kann man mit der Gouverneurin Rainer auch Bezirke mit Gold kaufen. Man könnte sie vielleicht dann von einer Stadt zur anderen wandern lassen. Das dauert allerdings jeweils fünf Runden, bis sie irgendwo angekommen ist und dann Bezirke mit Gold kaufen. Klingt cool, hat aber immer fünf Runden Wartezeit und Bezirke kaufen ist eine teure Sache. Trotzdem sollten wir, glaube ich, machen. Aber Faustregel bis dahin, Bezirke, Wunderstadtprojekte bauen und all die stehen uns im Augenblick nicht zur Verfügung. Großartig. Ich gehe mal auf Nummer sicher, baue ein Monument, denn mit einem Handwerker ist ja auch oft der erste Schritt, ist hier wenig getan, weil ich sehe kein einziges Feld hier, was wir modernisieren könnten. Die normalen Wüstenfelder können wir nicht modernisieren, wir können nichts drauf bauen. Wir werden sicher nicht auf Segeln gehen am Anfang. Hier kriegen wir zwar zwei coole Sachen nebeneinander, aber das entspricht, ich zeige es euch gleich im Technologiebaum, nicht dem, was wir dringend brauchen. Naheliegend wäre vielleicht auch Tierzucht nachher wegen diesen beiden Sachen. Was man auch berücksichtigen muss, im Augenblick sieht man das noch nicht, aber die KI, das Programm, das nachher bestimmt, welches der Geländefelder als nächstes Geländefeld ausgewählt wird. Bei der Grenzerweiterung orientiert sich grundsätzlich bei SIF nicht an den Sonderfähigkeiten der Zivilisationen, leider, sondern das folgt einer Standardroutine, zumindest nach meiner Beobachtung. Und das wird bedeuten, dass wir nicht diese hochattraktiven Wüstenfelder für uns freigeschaltet bekommen werden, sondern die Felder, die normalerweise Zivilisationen interessant finden. Ich tippe drauf, dass das hier das Viehfeld und da oben dieses Wildfeld als erstes sein wird und danach vielleicht diese Bonusressource hier. Ja, also Bauarbeiter macht wenig Sinn, wir können nichts mit dem anfangen. Was man sonst üblicherweise macht, also normalerweise ist der erste Schritt entweder Monument oder Handwerker oder Speer. Speer scheidet, finde ich, auf Gottheit aus, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man auf eine riesige Barbarenhorde trifft, die einen wegmacht, ist einfach unfassbar, unfassbar hoch. Und wir haben solche Produktionsschwierigkeiten. Wir können nicht einfach mal kurz und später raushauen, dann ist das nicht schlimm, wenn er drauf geht. Wir müssen echt was machen, wo wir auf Nummer sicher gehen, das ist für mich das Monument. Wir brauchen auch auf Gottheit viel Militär, um uns nachher den Barbarenhorden erwehren zu können, wobei es da immer so einen Zufallsfaktor gibt, wie früh die kommen, wie groß die kommen und wie diese Barbarenhorden zusammengesetzt sind. Aber mit ein bisschen Glück. Wir sind wir vorher bei der Handwerkskunst und bekommen diese Karte freigeschaltet. Agoge plus 50% Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten der Antike und Klassik. Dann könnten wir die etwas schneller produzieren. Zur Erinnerung, wir haben ein minus 30% Malus für die Produktion von Einheiten. Das heißt, wir produzieren die dann ja nicht in riesigem Tempo, wenn wir die Karte haben, sondern unser Malus ist ausgeglichen. Wir bekommen faktisch nur einen kleinen Bonus oben drauf gesetzt. Und allen geht's und vermutlich geht's dann nachher auf Handwerkskunst. Also wir setzen mal drauf, dass sie nicht so fortkommen und wollen mit dem weiter rumlaufen und gehen erstmal hier auf das Monument. Und jetzt schaut euch mal an, was hier in der Stadt produziert wird. Schaut euch das mal an. Nahrung plus neun Nahrung. Und das in der unwirtlichen Wüste. Das ist, weil halt 1, 2, 3, 4, 5 Nahrungsfelder zählen plus der Palast. Hier unten steht 5 durch Bezirke und 5 durch das Stadtzentrum und 4 durch das Stadtzentrum und 4 durch bewirtschaftete Geländefelder. Das ist, glaube ich, der Palast. Wir gehen mal mal gucken. Ne, das Stadtzentrum plus 5 und plus 5 Glauben. Das ist durch die 5 Felder hier drum rum. Und die 4 müssten... Woher kommen die 4? 2 kommen von hier und 2 von hier. Jetzt haben wir's. Der Palast gibt von allem Erträge, aber nicht von der Nahrung. Okay, jetzt haben wir's. Und wir generieren halt viel Glauben. Oben seht ihr es. 5,2 Glauben. Wir werden als erstes gleich einen Pantheon bekommen. Wohl in der Forschung. Es ist unwahrscheinlich, echt unwahrscheinlich, dass wir eine Religion bekommen. Wenn wir sie bekämen, wäre das echt cool. Und ich versuch's mal. Es ist unwahrscheinlich, dass es klappt. Es ist ein richtig hohes Risiko, aber ich werde auf Astrologie gehen. Alle Schreiter nach, stattdessen auf Tierzucht zu gehen, damit wir mit einem Handwerker früh die beiden Tierzucht-Modernisierungen bei uns in der Stadt bauen können. Tierzucht wäre auch deshalb cool, wenn wir dann hierhin gehen könnten. Das ist die Schlüsseltechnologie. In dem Augenblick, wo wir die Währung freigeschaltet haben, können wir unsere Vorteile ausspielen. Ab da können wir die Suguba bauen, also den Bezirk, der bei uns das Handelszentrum ersetzt. Ein großer Marktplatz in den Mandersprachen. Und ihr seht die Boni, die wir bekommen. Ab dem Augenblick, wo wir eine Suguba in einer unserer Städte haben, kostet alles, was wir in der Stadt kaufen, Einheiten, Gebäude, vielleicht auch Bezirke, wenn wir die später mit Rainer kosten, 20 Prozent weniger Gold, wenn wir die kaufen. Und wenn wir in der Stadt oder wenn wir eine Einheit mit Glauben kaufen, dann kostet das auch entsprechend 20 Prozent weniger glauben. Das ist heftig. Und es ist natürlich die Voraussetzung für Handel. Also die Suguba plus ein Marktgebäude draufgesetzt, bedeutet, dass wir einen Händler bauen können und dann eine dieser internationalen Handelsrouten starten können. Dazu seht ihr noch die weitere Vorteile, die die Suguba hat. Nicht nur das, was man üblicherweise immer hat mit einem Markt. Zwei Gold, wenn ein Fluss daneben ist und ein Gold für jeweils zwei angrenzende Bezirke, wobei der Stadtbezirk selber auch mitzählt, sondern zusätzlich bei da noch fünf, zwei Gold Bonus für jede angrenzende heilige Städte. Das heißt, die nebeneinander zu platzieren, macht Sinn. Ja, so sieht das aus. Mal schauen, ob das klappt, dass wir das hinbekommen. Also da müssen wir hin. Aber deshalb, wir gehen aber über Astrologie. Was auch Sinn macht, sehr früh ist Bergbau. Weil wir haben ja, ich will unbedingt Minen bauen, sobald uns Minen zur Verfügung stehen. Die bringt zwar eine Produktion weniger, also in der Wüste. Ein Wüstenhügel bringt gar keine Produktion, weil er hat nur eine Produktion. Aber bringt halt vier Gold. Und das ist eine coole Geschichte. Aber wir machen eins nach dem anderen. Wir machen erst das. Dann stelle ich jetzt schon mal ein. Danach geht es weiter auf den Bergbau und dann gucken wir weiter. Wir machen erst mal nur Astrologie, weil es kann ja sein, dass wir danach auf Tierzucht gehen, wegen den beiden Bonusressourcen bei uns in der Nähe. Eine Runde weiter. Wir haben auch hier das erste historische Ereignis. Die Besucher in Jani, sprich in der großen Wiege, beschweren sich über die Hitze. Aber es ist wenigstens eine trockene Hitze. Ein Zeitalterpunkt. So. Und schaut mal, wie schnell das Bevölkerungswachstum ist. Wir haben nächste Runde schon einen weiteren Bürger. Klingt super cool, ist aber, wir haben gar kein Feld, wo wir den zum Arbeiten schicken können. Auf Wüste kann man kein, das ist nicht, da kann man nichts machen. Da kann man die nicht zur Arbeit einteilen. Das heißt, wir werden ganz viele Bürger gleich haben, mit denen wir nichts machen können. Es sei denn, wir kaufen denen Geländefelder dazu. Das können wir natürlich machen. Könnten uns auch überlegen, ob das vielleicht Sinn macht. Aber wir warten mal ab. Sinnvoller ist wahrscheinlich gleich mit dem Gold Handwerker zu kaufen oder was auch immer. Und dann gehen wir aber erst mal weiter gucken. Hoppla. Ah, das ist schön. Da oben schaut mal, ein Bonusdorf. Oh, die Wüste sieht ein bisschen größer aus. Oh, das ist interessant. Hier sind zwei Glaubenspunkte auf dem See. Das ist vermutlich irgendein Naturwunder, das hier unten liegt. Da schauen wir uns gleich mal an. Aber erst gehen wir gleich ins Bonusdorf mal gucken, was es da gibt. Wir haben gleich den nächsten Bürger bereits. Ja, zwei Bürger und können nicht viel damit anfangen. Wir gehen erst mal hier reingucken. Mehr Erfahrung. Ja, nehme ich mit, aber... Das kommt darauf an, auf welche Feinde wir treffen. Wir treffen oft auf Gottheit auf berittenem Bogenschützen. Die sind so eklig. Die sind so ekelhaft. Dagegen wäre natürlich Schildkröte perfekt. Ansonsten wäre Schlachtruf super. Wisst ihr was? Ich packe da erst mal gar nichts rein, oder? Ich warte erst mal ab, auf welchen Typ von Barbaren wir treffen. Wir dürfen nur vorher keinen angreifen, und zwar geuden wir die Punkte. Ich würde gerne rauskriegen, ob hier Naturwunder ist und welches. Hier ist ein Hügel. Ob da auch einer ist, weiß ich nicht. Ich laufe nur ein Stück weiter nach links. Noch eine Oase. Das ist sehr wichtig. Einmal nehme ich gleich Trinkwasser, wenn wir dort Städte gründen. Der weitere Vorteil, dass wir zwei Bürger haben, ist übrigens, dass wir jetzt einen Siedler einstellen können. Macht bedingt Sinn, denn... Das ist natürlich viel, viel cooler, in dem Augenblick, wo wir... Lasst mich nicht lügen. Hier. Das frühe Reichhaben auf Siedler-Produktion mit Produktion zu gehen. Plus 50% Produktion für Siedler wäre schön. Vorher sind die sehr teuer. Dauert natürlich lange, bis man dahin ist. Siedler kaufen ist richtig teuer. Schaut mal hier. 320. Wir wirtschaften 6,8 im Plus. Die Frage ist, wie gibt man sein Gold aus? Ich bin normalerweise ein großer, großer Freund davon, Geld auszugeben und nicht zu horten für den Fall, dass man es mal braucht. Aber es ist immer die Frage, wozu gibt man das Geld aus? Wenn wir wirklich den Bau des Monumentes durchziehen, dann gehen wir das Geld vielleicht aus, entweder für einen Handwerker oder um jetzt ein Geländefeld dazu zu kaufen. Aber das bekommen wir sowieso. Und ich denke, auch hier, die bekommen wir erst mal relativ schnell, die ersten. Wir lassen es erst mal hier und warten noch mal ein bisschen ab. Hoppla. Das klingt nach einem anderen Reich. Ne, nach dem Stadtstaat. Mohenjo Daro, der Stadtstaat, aufgedeckt. Wir sind anscheinend die... Wir haben einen Gesandten dort, gratis Gesandter. Das heißt, wir sind die erste Ziv, die ja vorbeikommt. Und wenn wir hier so zerrennt wären, hätten wir immer vollen Wohnraum durch Wasser. So, als würden wir neben einem Fluss liegen. Klingt cool, ist bei uns aber nur zwingend notwendig, weil Flüsse scheinen... Oh, wir bekommen jetzt schon mal plus zwei Kultur in der Hauptstadt durch den gratis Gesandten. Das ist schön. Das hilft uns gerade in der frühen Spielphase immens, um hier in der kulturellen Forschung schnell voranzukommen. Das ist eine sehr coole Begegnung, die wir da hatten. Ich laufe mal runter. Ja, schaut mal hier. Hier ist noch ein Glaubensfeld. Hier muss irgendein Naturwunder liegen. Ich habe die nicht alle im Kopf. Es gibt so viele mittlerweile im Spiel. Ah, wenn wir einen Handelsweg hier hinschicken und das werden wir ja, auch die zählen übrigens als internationale Handelswege, durch die wir viel Gold bekommen. Allerdings, ein Handelsweg darf nicht mehr zu Beginn als 15 Geländefelder entfernt sein von der Startstadt. Und das ist wirklich der Weg. Also wenn dazwischen jetzt ein Gebirge wäre, das nicht passierbar wäre, dann müsste das Gebirge umgehen, dann werden es entsprechend mehr Geländefelder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, das klappt schon mal. Das ist sehr motivierend. Also da würden wir einen Gesandten bekommen und viel Geld bekommen. So, wir schauen mal, wie es weitergeht hier. Achso, erst die Botschaften hier. Ein Gesandter, das ist klar. Handelsweg entsenden, Stadtstadt kennengelernt, Beförderung verfügbar. Eine Runde weiter. Also wenn hier und hier Glauben ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch groß, dass hier dieses Naturwunder liegt, oder? Da ist es. Wenn der Delicate Arch irgendeine Bedeutung hat, dann liegt sie meines Erachtens in der Kraft des Seltsamen und Unerwarteten, das die Sinne überrascht und den Geist aus seinem gewohnten Trott bringt. Was ist denn das? Da habe ich noch nie von gehört. Das hatte ich auch bislang noch gar nicht in dem Let's Play. Mir bringt anscheinend jede Menge Glauben. Boost bei der Astrologie dadurch. Das war hilfreich. Das war der Boost für die Astrologie. Findet ein Naturwunder. Das hatte ich gar nicht im Hinterkopf. Jetzt kriegen wir das früh hin mit der Heiligen Städte und damit steigt unsere Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Religion bekommen. Denn die großen Prophetenpunkte, die man bekommt, um einen großen Propheten freizuschalten, der da wiederum eine Religion gründet, die generiert man halt in heiligen Städten üblicherweise. Das ist die Hauptquelle. Und das wiederum heißt, in 14 Runden das Monument, wenn wir gar nicht durchziehen, wir werden in sieben Runden wahrscheinlich die heilige Städte dazwischen packen. Mittlerweile auch das Geländefeld dort oben freigeschaltet. Das ist alles sehr, sehr hilfreich hier im Moment. Und jetzt bin ich doch neugierig. Lass uns mal schauen, bitte, was das ist hier. Delicate Arch. Eine bemerkenswerte Felsformation im amerikanischen Nordwesten. Das hohe Gebilde ähnelt der Taille und den Beinen einer krummbeinigen Person. Zeitungsreporter gaben dem Felsen den Spitznamen Gigantic Window, Riesenfenster, Chaps, Kauberhose oder Schoolmoms Blumers, Bluderhose der Schulmeisterin, obwohl die Bezeichnung Delicate Arch, zarter Bogen, aus dem Jahre 1934 sich durchsetzte. Ein feiner Sandsteinbogen, hoch wie ein sechstöckiges Haus, was leider sein Schicksal besiegelt, sowohl die Schwerkraft als auch die Winde von Utah werden irgendwann zum Einsturz des Bogens führen. Doch es liegt nicht nur an der Natur. Trotz seines Namens haben einige unkluge Versuche, darauf zu klettern, seine majestätische Struktur beschädigt. Entschuldigt, ich weiß, ich bin in dem Punkt ein Korinthenkacker. Ich kann nicht anders. Es rutscht der nächste Satz, rutscht aus mir raus und ich möchte mich vorab dafür entschuldigen. Meine Güter, so ein schönes Spiel, so viel Geld, das drin steckt, so eine schöne, weitestgehend deutsche Übersetzung und auch zwei Komma im letzten Satz, die da nicht reinkommen. Im letzten Satz? Nee, in dem Satz hier. Das Komma muss weg. Nee, das ist richtig. Irgendwo war ein Komma, dass ich gerade gesehen habe, was weg musste. Wo waren sie? Hier. Das Komma muss weg und das kommt weg, weil das kein ganzer Satz ist. Da ist kein Verb drin. Kein, ähm. Ach komm, entschuldigt, ich verzettel mich. Wie peinlich. Auf jeden Fall müssen die beiden weg. Glaubt mir und disst mich gerne in den Kommentaren für meine Klugscheißerei. Tut mir leid, das ist einfach mein, ich kann nicht anders. Das kommt manchmal aus mir raus. Da bin ich irgendwie ein Tier, ein Rechtschreib-Tier, ein Rechtschreib-Monster. Tut mir leid. Laufen wir dem noch weiter runter? Nein, die Frage ist, ja, ich würde schon gerne sehen, was hier ist, ob wir hier die Stadt dann gründen werden. Denn dieses Delicate Arch bringt plus zwei Glauben und plus eins Gold für alle angrenzten Geländefelder. Da schreit danach, hier irgendeine Stadt hinzusetzen. Und wir bekommen natürlich dadurch weiterer Zeitalterpunkt. Das ist schon wichtig. Entschuldigt. Dass wir es vielleicht schaffen, nicht in einem dunklen Zeitalter zu kommen. Mal gucken. Mal gucken. Oh, warum kann ich da nicht draufziehen? Weil es wie ein unpassierbares Naturwunder, alles klar. Wir könnten hier rauf einmal dahinter gucken gehen. Hier sollten wir eine gute Sicht haben. Und dann können wir hier wieder zurücklaufen. Haben wir auch. Sehr interessant. Das ist natürlich jetzt alles nicht mehr Wüste. Aber auch wenn es keine Wüste ist. Das sind natürlich sehr heftige Geschichten hier. Trüffel als Luxusgut, Annehmlichkeiten, vier Annehmlichkeiten für jeweils eine Stadt, eine Annehmlichkeit. Zwei Bürger werden zufrieden oder glücklich, bringt ein Luxusgut. Das ist alles schon sehr attraktiv. Und hier unten, schaut mal, hier scheint noch ein Stadtstaat zu liegen. Oder ist das... Ich glaube, das ist ein Stadtstaat hier. So, wir können unser Pantheon wählen. Und ja, glasklar, da muss ich jetzt nicht lange gucken. Wir nehmen natürlich Wüstenfolklore. Heilige Städte, Bezirke erhalten plus 1 Glauben durch benachbarte Wüstengeländefelder. Damit werden wir noch mehr Glauben generieren können. Nochmal, toi toi toi, dass wir eine Religion gründen werden. Selbst wenn das nicht klappt. Mit dem Glauben können wir, wenn wir immer noch nachher Einheiten einkaufen, beispielsweise. Wir können auch große Persönlichkeiten beschleunigen. Aber die Hauptquelle mit Glauben, selbst wenn wir keine Religion gründen können, ist, dass man damit auch Einheiten kaufen kann. Vorausgesetzt, man schafft dafür, ja, man sorgt dafür bestimmte Voraussetzungen für eine bestimmte Regierungsform oder für eine bestimmte Politikkarte. Oder es gibt auch ein Weltwunder, das das möglich macht. Das ist, wie heißt das nochmal, ähm, nicht ein Weltwunder, entschuldigt, ein Gebäude in einem Regierungsbezirk gibt es, durch das man, das ist die Kapelle des Großmeisters. Das ist in der zweiten Stufe der Regierungsbezirke. Dadurch können dann Landeinheiten mit Glauben gekauft werden. Dadurch kann man das dann nutzen. Unter einem sternenübersäten Himmelszelt hat der erste Prophet der Welt eine göttliche Eingebung und verneigt sich voller Dankbarkeit vor dem Unbekannten. Wir schreiben Geschichte. Noch hat niemand eine Religion gegründet. Ob es uns gelingt, wie gesagt, wir müssen erstmal Punkte generieren, große Prophetenpunkte. Im Augenblick generieren wir da gar nichts und gar nichts ist wenig. Sollen wir noch eins hier unten gucken gehen? Und ich will lieber hier oben alles aufdenken. Hier oben noch mehr. Ich will wissen, was da erstmal viel, viel aufdecken. Wir haben ja keinen Sperr. Aber nicht durch Wahrheit, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. Der ist der richtige Regierungsform, die wir uns holen können. Wir holen uns natürlich bei den beiden Militärkarten, die zur Auswahl stehen. Diese hier, denn die gilt nur für Sperr. Sperr haben wir nicht. Dadurch sind wir Kampfstärker gegen Barbaren. Wirtschaftskarte, nämlich die Produktion. Produktion haben wir Nachteile. Wir wollen gleich einen Bezirk produzieren. Plus eins Produktion ist Gold wert, auch wenn wir davon nur 70% zählen. Glauben generieren wir genug und Gold ist auch nicht das Problem bei uns. Also die beiden nehmen wir. So. Schwierige Geschichte. Also wir wollen ja auf jeden Fall hier hin. Wir müssen also auf jeden Fall über die beiden. Frühes Reich hat diese coole Karte hier. Dass wir die Siedler eher hinbekommen. Die werden wir nicht alle kaufen können zu Beginn. Das können wir knicken. Hier haben wir den Regierungsplatz. Den früh zu haben wäre auch cool. Denn dann können wir vielleicht noch vor dem Zeitalterwechsel das erste Gebäude bauen im Regierungsbezirk und dann im nächsten Zeitalter das nächste Gebäude. Das wäre dann diese Kapelle des Großmeisters. Die kann man glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das halt so, dass man immer nach, dass man immer, wenn der Regierungsbezirk gebaut ist, kann man dann das Gebäude der ersten Stufen bauen und nach dem nächsten Epochenwechsel, nach dem nächsten Zeitalterwechsel kann man dann das nachfolgende Gebäude bauen. In unserem Fall würden wir wahrscheinlich die Ahnenhalle zuerst bauen. Es stehen immer drei zur Auswahl. Die Ahnenhalle hilft uns, dass wir Siedler schneller produzieren können und eher gratis und einen Gratishandwerker pro Stadt bekommen. Und im zweiten Schritt würden wir die Kapelle des Großmeisters bauen. Mutmaßlich. Es gibt noch eine Alternative dafür, die auch interessant ist. Das gucken wir uns später an. Also wenn wir dahin gehen als erstes, dann wäre das die Alternative. Grundsätzlich, ich gehe mal hier rüber, denn wir spielen auf Gottheit. Wir werden wahrscheinlich die Algoge-Karte brauchen, um ein paar Militäreinheiten zwischendurch zu bauen. Nur, das wäre in zehn Runden, dass wir die Karte hätten. In zehn Runden wäre das Monument fertig. Wir werden aber vorher die Heilige Städte dazwischen schieben. Mal gucken, wie teuer die ist. Die wird wahrscheinlich am Anfang schnell gehen, weil dann nicht viele Leute Heilige Städte gebaut haben, weil wir früh sind im Spiel, da sind die Produktionskosten noch gering. Oh lala, direkt vor unseren Augen. Ich gehe mal gucken, was da drin steht. Ah, ein Speerträger. Wir haben zwar einen Nahkampfbonus. Ja, wir können den, das ist sehr heftig. Wir können versuchen, den zu killen. Das können wir machen. Bevor der hier zur großen Gefahr wird, weil der hat einen Kampf, wir haben einen Kampfbonus gegen Barbaren, ihr seht den rechts plus fünf, und gegen Speerkämpfer, die gehören zu Kaffeeleabwehreinheiten, haben Nahkämpfer wie wir auch noch einen Bonus. Ich bin zwar ein Glühner-Fan davon, mit unserer einzigen Einheit jetzt Bonusdörfer aufzudecken, Stadtstaaten aufzudecken, aber wer weiß, was da alles noch rausspawnt, wer weiß, was für fiese Barbareneinheiten da neu entstehen könnten, die uns hier die Hölle heiß machen. Ich ziehe mal direkt daneben, auch wenn die uns beide gleiche angreifen, wird dadurch geschwächt werden und wir hier keinen Bonus haben. Keinen Verteidigungsbonus haben. Oh, der Speer haut ab. Ja, das machen wir. Und wir können auch gleich heilen. Ah, wir bekommen jetzt keine Erfahrungspunkte. Ah, wir haben uns die Beförderung nicht geholt. Also wenn ich mir jetzt die Beförderung hole, wir kriegen ihn wahrscheinlich in dieser Runde eh nicht. Da fehlt ein bisschen was. Dann hole ich mir stattdessen jetzt die Beförderung, denn wir nachher kamen stärker. Und dann kriegen wir ihn in der nächsten Runde auf jeden Fall. Hier haben wir mittlerweile drei Bürger. Wir haben nur zwei Geländefelder, auf denen wir arbeiten können. Und wenn jetzt nicht... Oh, wer ja niemand kennt. Ein Stadtstaat. Das ist hier... Oh, wie schön. Ein religiöser Stadtstaat. Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. Jetzt können wir die heilige Stätte bauen und dadurch die großen Prophetenpunkte generieren. Das wäre... Also es gibt... Man kann auch Stonehenge bauen. Das wird das Weltwunder. Dadurch hat man sofort einen gratis großen Propheten, kann sofort eine Religion gründen. Da wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir das auf Gottheit schaffen und dass die KI uns das nicht vor der Nase wegschnappt. Ein KI-Konkurrent ist minimalst. Denn wir sind eher... Da, wo wir gegründet haben, sind wir produktionsschwach. Wir haben nur Wüste um uns drumherum. Und Stonehenge ist ein Welthunder, was die KI sehr gerne baut. Sehr gerne baut, um einen großen Propheten zu bekommen. Und die haben Produktionsboni, kann man knicken. Ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Schade, ne? Schreien ist das erste Gebäude, was man auf heiligen Städten dann baut. So. Jetzt gehen wir hier oben rein und stollen... Wir machen erstmal den hier fertig, natürlich. Ne, wir gucken erstmal den Stadtstaat an. Jerewan. Ja, wir sind die erste Zivilisation. Haben sofort einen gratis Gesandten. Bekommen davon nochmal zwei Glauben in der Hauptstadt drauf. Das ist schön, aber nicht entscheidend. Wir hatten fünf, jetzt haben wir plus sieben pro Runde. Als Quest bekommen wir... Ah, wir müssen einen Barbaren-Außenposten zerstören. Nein, ist das der hier vor... Das wäre ja super cool. Wie klicken wir da drauf? Es müsste... Ich wette, es ist der hier. Kann man auf den klicken? Ich bin mir nicht sicher. Ich vermute, es ist der. Es kann sein, dass wir gleich einen zweiten Gesandten haben. Ja, jetzt kriegen wir ihn dank der Beförderung sofort. Wir bekommen dadurch gleich nur einen Boost. 30 Gold bekommen wir, glaube ich. Und für Militär-Tradition einen Boost. Zwei Zeitalterpunkte, weil wir ein Barbarenlager vernichtet haben. Ja, wir haben einen zweiten Gesandten hier. Jetzt haben wir schon zwei. Einer fehlt nur noch, dann sind wir in der Stufe hier. Und dann wären wir auch so zeren. Dann hätten wir sofort diesen Bonus hier, dass Aposteleinheiten sich eine Beförderung aussuchen können, statt eine zufällige zu bekommen. Das ist ein... Wenn man eine Religion hat, eine extrem coole Geschichte. Da kann man halt sich genau die Taktik überlegen, die man in seinen Aposteleinheiten bezwecken will, ob man die für den religiosen Kampf fit macht, damit die andere Religionseinheiten zu Tode disputieren können, oder ob man denen irgendeinen anderen Boost gibt. Vorausgesetzt, wir bekommen überhaupt eine Religion. Noch ist keine Religion gegründet worden. Noch scheint kein großer Prophet irgendwo rekrutiert worden zu sein. Noch sieht alles gut aus. Noch, noch, noch. Nächste Forschung. Ja, wie gesagt, wir müssen zur Währung hin. Aber Minen und Tierzucht sind auch verlockend. Also, wenn wir... Können wir uns gleich einen Handwerker kaufen. Ab 200. Daut nicht ewig lange. Wir werden hier gleich in die Produktion gehen und schon mal eine heilige Stätte platzieren. Und suchen wir uns gleich... Ja, hier natürlich. Plus 4 bringt am meisten. Und dann könnten wir die Suguba nachher daneben setzen. Das machen wir. Hier kommt die heilige Stätte hin. Monument ziehen wir nicht durch. Wir setzen hier auf großen Propheten. Gehen in die Bauschlange rein. Machen danach das Monument. Stronench können wir echt knicken. Und mit dem Gold, das wir langsam gewinnen, könnten wir uns einen Handwerker kaufen. Mit 200 Gold. Mal schauen, ob wir das machen. Und der hätte aber hier erstmal... Das Einzige, was wir modernisieren könnten, wäre mit Tierzucht das hier. Mit Tierzucht das hier. Mit Segeln die beiden. Minen können wir im Augenblick noch gar nicht bauen. Höchstens hier irgendwann. Plus bringt plus 4 Gold. Aber noch ist weit und breit kein Berg. Ja, oder wir gehen halt entschlossen auf die Währung. Ich gehe tatsächlich mal auf die Tierzucht. Wenn wir die modernisieren. Und setzt drauf, dass wir demnächst das zu einem Handwerker kaufen können. Ich mache das mal in der Reihenfolge. So. Ihr Lieben. Ich mache eine Pause. Das war die erste Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, das Ganze läuft als Premiere auf YouTube. Die zweite Folge kommt am 5. Mai. um 20.45 Uhr. Die dritte am selben Tag um 21.30 Uhr. Drei Folgen hintereinander. Um 22 Uhr dann Anno 1800. Die Gute-Nacht-Reihe mit einer Videopremiere. Und sollte euch die Reihe gefallen, dann gibt es auch in den nächsten Tagen jede Menge weiterer Videos hier bei eurem Writing Bullen. Ganz liebe Grüße. Und bis bald. Euer WB. Tschüss.